Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister, willkommen zu der dritten Episode zu unserem neuen Podcast Ramadan Special Channel namens Whispers of Wisdom. Ich habe voll vergessen, den Namen in der letzten Episode gar nicht zu erwähnen. Was hältst du eigentlich von dem Namen? Whispers of Wisdom. Habe ich das erwähnt? Achso, okay. Ich habe es erwähnt. Ich habe es voll vergessen. Nein, aber du hast nicht Ramadan Special gesagt. Der Ramadan Special, weil wir das einfach jetzt für den Ramadan ausprobieren und da mal schauen, da wird es auch etwas Nachhaltiges. Erst einmal bedanken wir uns recht herzlich auf jeden Fall bei den Geschwistern von Umahab dafür, dass wir hier in der Location überhaupt drehen dürfen. Umahab, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Café, ist eine Coworking Space Plattform, die sich das Ziel genommen hat von zwei Brüdern, die sich das Ziel genommen haben, ein Safe Space für Geschwister zu errichten, die herkommen können, produktiv sein können und die Zeit nutzen können, um miteinander zu arbeiten, sich zu vernetzen, aber auch eventuell neue Businesses zu starten, ein Podcast Channel zu starten, von daher ein sehr, sehr großes Dankeschön an die Geschwister von Umahab. Außerdem hat Umahab nicht nur schöne Coworking Spaces oder Büros, sondern auch einen sehr, sehr leckeren Kaffee, finde ich. und ich würde einfach mal fragen, bei mir ist es immer so, ich achte, beziehungsweise der Kaffee darf nicht zu, zu stark sein bei mir und ich kann mich noch erinnern, bei meiner ersten, bei meinen ersten Besuch hier bei Umahab, und zwar habe ich, das war auch mein erster Kaffee, wo ich umgeswitcht habe auf Hafermilch, weil ich immer voll viel Zucker reinlege bei normaler Milch und Hafermilch kommt ein bisschen etwas süßlicher, sodass man gar keinen Zucker mehr braucht und die Brüder direkt, direkt Witze gemacht, so, von wegen, hä, du trinkst keine normale Milch, aber schon, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr guter Kaffee, ähm, ich weiß nicht, welchen Kaffee trinkst du am liebsten? Bei mir ist es schwarz wie die Nacht, schwarzer Kaffee ohne irgendwelche Zusätze, ohne Milch, ohne Zucker, nur das ist richtiger Kaffee. Okay, dann trinke ich Milch, ja. Da wir in der letzten Episode vor allem in die symbolische Tiefe der Ehe eingetaucht sind, wenden wir uns heute einen zentralen Aspekt zu, nämlich dem Koran und widmen uns vor allem zwei, zwei große Fragen, nämlich zum einen, wie dient der Koran als Leitfaden für das tägliche Leben und als moralischer Kompass für Gläubige und die zweite Frage, wie können wir seine Lehren in unser modernes Leben integrieren, um Orientierung, Trost und Inspiration zu finden? Die erste Frage ist jetzt aber jedoch, weil wir vor allem im Titel schon der Koran eine Leitung für die Menschen stehen haben, ist jetzt erstmal die Frage, was bedeutet überhaupt Leitung? Genau, das führt einfach direkt. Also zunächst einmal, bevor wir über die Leitung des Menschen sprechen, also was macht die Menschen aus, weshalb auch Erleitung. Und es gibt natürlich auch im Koran sehr, sehr viele Stellen, wo es um den Menschen geht, um die Erschaffung des Menschen und das, was den Menschen ausmacht. Eine Stelle gefällt mir besonders in der Surah Asad, wo Allah Ta'ala sagt, Und als dein Rabb zu den Engeln sagt, ich werde einen Menschen aus Lehm erschaffen, aus Lehm erschaffen. Und wenn ich es in Gleichgewicht gebracht habe oder in Ordnung gebracht habe und ihm von meinem Ruh, also der Ruh, der mit Allah verbunden ist, nicht dass etwas von Allah eingehaucht wird, eingegeben habe, dann wirft euch vor ihm nieder. Und zunächst einmal sagt Allah, er hat Menschen erschaffen oder erschafft ihn aus Lehm oder in anderen Worten auch aus einem Gemisch bestehend aus Wasser und Erde. Wenn man noch weiter gehen möchte, jetzt in der Ausdrucksweise noch vereinfacht vielleicht, der Mensch besteht aus einer Art Schlamm oder Matsch, so in dem Sinne. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Mensch von seinem Wesen etwas, besitzt, was ja, was etwas Niederes ist vielleicht, in dem Sinne. Oder zu etwas Niederem strebt. Zur Erde strebt. Erde ist immer unten. Und der Mensch besteht aus etwas, was unter ihm ist. Aus Erde, aus Wasser und so weiter. Und das ist auch ein Hinweis auf die Triebe, auf die menschlichen Triebe, auf die materiellen Wünsche und Neigungen des Menschen. Das Nefs, Allah sagt in der Surah Yusuf, Und die Triebseele, was gebietet wahrlich das Schlechte. Das ist ein Aspekt des Menschen. Der Mensch hat etwas in sich, was ihn zum Niederen zieht auch vielleicht. Auf der anderen Seite sagt Allah Ta'ala, Und wenn ich es aber in Ordnung gebracht habe, wenn ich ihm ein Gleichgewicht gegeben habe und ihm was eine Seele, ein Geist gegeben hat, Ruh, dann wirft euch vor ihm nieder. Das heißt, als ob Allah Ta'ala den Engeln sagt, darin liegt sein Potenzial. Das heißt, mit anderen Worten, der Mensch hat auf der einen Seite ein gewaltiges Potenzial. Allah hat ihn ausgewählt, hat ihm was Besonderes gegeben. Er hat ihm ein Ruh gegeben, ein Geist gegeben. Er hat in den Menschen etwas geschaffen, was Ordnung bedeutet, was Gleichgewicht bedeutet. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat der Mensch etwas in sich, was genau das Gegenteil bezwecken könnte. Was genau in die gegenteilige Richtung, anstatt Ordnung oder Verbindung mit Allah usw. gehen könnte. Das heißt, der Mensch hat auf der einen Seite Triebe, Neigungen, hat eine Triebseele, wie wir sagen. Hat auf der anderen Seite aber auch einen Ruh, der zu Allah strebt, der mit Allah verbunden ist. Der von Allah stammt, wortwörtlich. Alles stammt von Allah. Aber Allah hat es in diesem Vers besonders mit sich selbst verbunden. Und diese Ordnung, dieses Gleichgewicht, das könnte ein Hinweis auf den Verstand, auf den Akel des Menschen sein. Das heißt, der Mensch hat Triebe, hat Neigungen, hat Wünsche, Niedere auch. Auf der anderen Seite hat er etwas in sich, was nach Gott strebt und Gott sucht. Das ist sein Ruh. Und erst entsteht ein Spannungsverhältnis, ein Kampf. Aber in der Mitte ist etwas, Allah hat ihm einen Verstand gegeben. Die Aufgabe des Verstandes ist es, die Dinge in Ordnung zu bringen, die Dinge in ein Gleichgewicht zu bringen, nachzudenken, nachzusinnen. Und um jetzt zurückzukommen zur Frage der Leitung, genau darin liegt die Leitung des Menschen oder für den Menschen. Allah leitet den Menschen oder möchte den Menschen dazu leiten, dass er dieses Gleichgewicht schafft. Dass er lernt, seine Triebe zu kontrollieren, seine Triebe in die richtige Richtung zu lenken. Dass er lernt, seinen Ruh, seinen Geist richtig zu ernähren. Dass er lernt, seinen Verstand richtig einzusetzen. Darin liegt die Leitung des Korans. Und deswegen sehen wir auch dann, wenn wir uns die Fundamente der Religion anschauen, alles was Allah auch an Geboten den Menschen gibt, an Verboten, an Bestimmungen, an Urteilen, dann sehen wir, dass sie sich auf bestimmten Ebenen bewegen. Ein Bereich der Gebote Allahs bezieht sich auf den Verstand des Menschen. Der Mensch wird geleitet, er soll eine gewisse Erkenntnis haben, bestimmte Dinge erkennen, bestimmte Dinge verstehen, woher diese Welt kommt, woher er kommt, wer der Schöpfer dieser Welt ist. Deswegen viele stellen im Koran, sprechen den Verstand des Menschen an und sagen, denkt ihr nicht nach, sind ihr nicht nach, versteht ihr nicht? Das heißt, viele Gebote, also die Leitung Allahs besteht darin, dass es Gebote gibt, die den Verstand betreffen. Das sind die Iman-Inhalte, die Glaubensüberzeugung und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, wo der Mensch auf eine Art und Weise handeln muss. Er handelt sowieso die ganze Zeit. Allah hat dem Menschen ein bestimmtes Handlungsvermögen gegeben. In dem Sinne, dass er ihm Hände gegeben hat, Füße gegeben hat, Dinge, die etwas tun. Aber nicht jedes Tun ist richtig und nicht jedes Tun ist erlaubt. Das heißt, Allah gibt dem Menschen bestimmte Bestimmungen, Gebote, dass er bestimmte Dinge tun muss oder andere Dinge, die er sowieso tut, dass er sie in einem richtigen Rahmen tut. Das heißt, es gibt Gebote, die leiten den Verstand des Menschen, die Iman-Inhalte. Dann gibt es Gebote, sie leiten die Handlungen und auch die Triebe des Menschen. In dem Sinne, dass Allah Ta'ala bestimmte Dinge als Halal, als Haram bezeichnet und so weiter. Dann gibt es wieder Dinge, die den spirituellen Part des Menschen betreffen. Der Mensch hat ein Ruh, haben wir gesagt. Damit verbunden ein Herz, ein spirituelles Herz. Viele Gebote leiten den Menschen insofern, dass er erkennt, ist mit meinem Herzen alles in Ordnung oder nicht? Was ist in meinem Herzen, was mich krank macht auf seelischer Ebene? Was sind auf der anderen Seite positive Dinge? Das heißt, wir haben Gebote, sie betreffen das Herz und die Läuterung der Seele und die Reinigung des Herzens. Das heißt, auf diesen drei Ebenen leitet Allah den Menschen. Allah hat dem Menschen einen Verstand gegeben, leitet ihn mit den Iman-Inhalten. Er hat dem Menschen einen Körper gegeben, er handelt, er leitet ihn mit den Islam-Inhalten im Spezifischen, mit den Geboten und Verboten des Islams. Und dann hat er dem Menschen ein spirituelles Herz gegeben. Und dieses leitet er, indem er diesem Menschen erklärt, was lässt dieses Herz spirituell leben oder was lässt dieses Herz eventuell auch spirituell sterben. Und wenn wir jetzt alle Gebote und Verbot des Korans zusammennehmen, dann beziehen sie sich auf diesen oder adressieren genau diese Bereiche. Und daran liegt die Leitung Allahs. Daran liegt die Leitung Allahs. Wie können wir jetzt durch diese Lehren des Korans uns auf die Herausforderungen, die wir uns heute aktuell widmen müssen, wie können wir die Lehren des Korans auf moderne Herausforderungen und die Entwicklungen anwenden, wenn es jetzt zum Beispiel um den Verstand, ums Herz oder um den Körper geht. Wie können wir da so das Gleichgewicht finden? Also zunächst einmal, natürlich müssen wir festhalten, die Offenbarung und die Leitung des Korans. Ziel ist es keineswegs, dass der Mensch irgendwie an Fortschritt oder Errungenschaften, an Wissen gehindert wird. Im Gegenteil. Aber die Leitung des Korans gibt uns immer einen Rahmen. Wir können natürlich auch als Menschen, sei es technologisch, wissenstechnisch, auf unterschiedlichen Ebenen weiterkommen, auch Höheres und Besseres anstreben. Aber immer in dem Rahmen, den Allah uns gibt, dass wir dabei die Grenzen Allahs meiden, die Gebote Allahs einhalten. Und solange wir unseren Fortschritt in diesem Rahmen gestalten, spricht dagegen nichts, im Gegenteil. Wir können all diese Dinge in Einklang bringen. Weil manchmal ist dann die Frage, okay, so ein religiöses Leben, ist das nicht ein Widerspruch zu einem fortschrittlichen, modernen Leben? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich kann sogar meine religiösen Grundlagen dafür nutzen, um Kraft zu schöpfen, um Motivation zu schöpfen, um Leitung, Licht zu schöpfen. Viele sagen ja, um Leitung und Licht zu schöpfen, braucht man ja diese Freiheiten, die man auf jeden Fall ausüben soll. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, wie kannst du dich denn überhaupt frei fühlen, obwohl du, ich sag mal, eingeschränkt wirst, wie würdest du antworten? Ich würde erst mal fragen, was mit Freiheit gemeint ist. Also was meint die Person mit Freiheit? Das ist eine Definitionsfrage. Also bevor wir über Begriffe sprechen oder auch gerne ein Freund davon vorhin eine Frage beantwortet, erst mal klären, was ist der Inhalt der Frage? Worum geht es? Wenn die Person unter Freiheit versteht, dass sie tun und lassen kann, was sie will, was sie will, also wieder zum Punkt eigene persönliche Wünsche, Neigungen und so weiter, dann ist das für mich keine Freiheit. Man kann das dann auch so definieren, dass diese Person nicht frei ist, sondern ein Sklave eigener Begildnis, eigener Wünsche, des eigenen Ich, das steht im Mittelpunkt. Aber der Mensch, und davon sind wir überzeugt, ist natürlich in dem Sinne im Mittelpunkt der Schöpfung, weil Allah ihn dorthin gesetzt hat mit einer Aufgabe. Das heißt, eigentlich im Mittelpunkt des Lebens des Menschen steht, das Sinn und Zweck des eigenen Daseins und das ist die Anbetung Gottes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي عَبْدُونَ In der Surah Al-Dhariyat sagt Allah Ta'ala, ich habe die Menschen, die Jinn nur für den Zweck erschaffen, dass sie mir dienen. Und wenn ich es schaffe, und das ist unsere Definition von Freiheit, ist eigentlich, meinen Verstand zu nutzen, Gott zu erkennen, losgelöst von meinen eigentlichen Trieben, persönlichen Wünschen, was ich persönlich will, weil darum geht es, es ist keine Freiheit. Dann bin ich auch wieder nur ein Sklave, bin ich wieder gebunden an etwas. Aber Freiheit kann es für die Menschen nur geben in der Bindung zu Allah, das ist wahre Freiheit. Indem er für das, wofür er erschaffen wurde, handelt und das aus freien Stücken tut, überzeugt tut, mit eigenem Willen tut. Ich habe auch so ein Titel gelesen von, die Person ist jetzt nicht so wichtig, aber es ging darum, dass die Person sehr, sehr erfolgreich war und die Jugend, also man mag es ja sehr, sehr auf erfolgreiche Personen, die vor allem erfolgreich in der Dunia ist, zu erblicken und zu schauen, okay, was hat die Person gemacht, weil ich will das auch erreichen. Und die Person hat selber definiert, unter Freiheit versteht sie, dass wenn eine Person selbstdiszipliniert ist und durch diese Selbstdisziplin ihr Tag so ausüben kann, weil alles strukturiert und alles im Einklang ist, sodass sie am Ende die Freiheit bekommt, für sich selber was zu gewinnen. Und dann hat die Person einen sehr, sehr interessanten Satz gebracht, und zwar meinte die, subhanallah, mit den Personen, mit denen ich arbeite und die ich kennengelernt habe, waren die, die meist wirklich Disziplin erlangt haben und selbstdiszipliniert waren, waren sogar religiöse Menschen, die einen ganz klaren Leitfaden haben, was selbst zu einer Selbstdisziplin führt und so deinen Tag und dein Leben sogar sehr, sehr gut strukturiert und sich in Einklang bringt. Was meinst du jetzt vor allem für dich vielleicht auch, welche Lehren des Korans unterstützen ein Individuum, eine Person oder vielleicht dich direkt, um einen Bezug zu erstellen, in der persönlichen als auch in der spirituellen Entwicklung? Also jetzt meinst du einen konkreten Vers oder? Ja, kann ein konkreter Vers sein, aber auch allgemein durch die gesamten Lehren des Korans. Also eine Sache, die ich persönlich immer wieder beeindruckend finde, die für mich auch immer eine Erinnerung und Ermahnung ist, dass wir Menschen nicht nur dem vertrauen, was wir mit den Augen sehen. Das ist in der Welt, in der wir leben, sehr wichtig aus meiner Sicht. Weil oft ist es so, wir haben natürlich ein Sehvermögen, wir sehen Dinge und beurteilen Dinge auch mit dem, was wir sehen. Empirisch, durch Beobachtung zum Beispiel und so weiter. Die Gefahr ist, dass wir das, was wir mit den Augen sehen, als Maßstab für alles nehmen und vergessen, dass es aber Dinge gibt, die darüber hinaus sind. Wir erkennen ja nicht alles mit den Augen, Realitäten, Wahrheiten. Dinge wissen wir nicht nur, indem wir sie sehen, indem wir unseren Verstand einsetzen, indem wir unser Herz fragen und so weiter. Und Allah sagt im Koran, Es sind nicht die Blicke, die blind sind, sondern es sind vielmehr die Herzen, die blind sind in den Brüsten. Und dass wir nicht nur unseren Augen vertrauen, also nicht nur der materiellen Welt vertrauen, dass wir manchmal zurückgehen müssen. Was steckt dahinter? Dass wir uns fragen, was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Was sind Ziele des Ganzen? Und wenn wir darin Leitung suchen und Leitfaden für unser Leben suchen, dann ist das viel fester. Weil alles, was wir sehen, und das Materielle ist vergänglich. Es kommt und geht und es ist mal schön und mal hässlich und so weiter. Aber wenn wir die Ziele und Weisheiten suchen, das sind Dinge, die bleiben. Die sind fest. Nun stellt sich die Frage, welche Rolle spielt denn der Ramadan bei dem ganzen Thema der Leitung? Zunächst einmal, wir wissen, der Koran als auch Leitung für die Menschen wurde immer am Ramadan offenbart. Allah Ta'ala sagt, in der Suala Baqara, Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran offenbart wurde, mitgeteilt, hinabgesandt wurde. Das ist die erste Sache. Das heißt, der Monat Ramadan, dieser eine Monat, im gesamten Jahr, spielt eine Rolle in dem Sinne, dass Allah, der Schöpfer der Welt und alles, was in ihr ist, entschieden hat, dass der Koran hinabgesandt wird. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, das Schöne ist, dass Allah sagt, was ist Ziel dieser Offenbarung, dieser Hinab-Sendung. Scheheru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wabayyinatim minal huda wal furqan. Als Huda, als Leitung für die Menschen und als klare Beweise dieser Leitung und als Maßstab für eine klare Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Und der Monat Ramadan ist jetzt eine Art Schule. Eine Art, vielleicht, wenn wir so wollen, Trainingslage. Aber wofür? Der Koran selbst, der eine Leitung für die Menschen darstellt, ist ja nichts, was sich selbst bewegt, auf Füßen läuft und dem Menschen jetzt sagt, da lang geht's. Nein, der Koran und die Botschaft Gottes braucht Träger. braucht Träger, braucht Menschen, die diese Botschaft tragen, weitertragen zu anderen Menschen. Deswegen, Allah Ta'ala sagt zum Beispiel zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und der Surah Ibrahim, viele stellen im Koran, er sagt, Alif Lam Ra Kitabun ansalnaahu ilayka li tukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri bi idhni rabbihim. Also, wir haben, also ein Buch, also diese Schrift, haben wir auf dich hinabgesandt, damit du die Menschen von den Finsternissen zum Licht mit der Erlaubnis ihres Rabb leitest. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Offenbarung bekommen, den Koran bekommen und seine Aufgabe war es, ihn weiterzutragen. Und nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer übernimmt diese Aufgabe? Alle Menschen, die nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen und damit auch wir. Und deswegen auch, es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf, als zum Beispiel unsere Mutter Aisha radiallahu anha, eine authentische Überlieferung bei einem Muslim, wo sie gefragt wurde nach dem Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sagt sie, dass der Charakter des Propheten Allahs sallallahu alaihi wasallam war der Koran. Sein Charakter war der Koran. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war wie ein laufender Koran. Und er lehrte uns damit, dass wir die Aufgabe haben, diese Botschaft weiterzutragen. Es ist nichts, was sich alleine bewegt. Hier, der Koran läuft und erklärt sich jetzt von selbst. Nein, wir müssen ihn tragen. Und dafür brauchen wir den Monat Ramadan. Einmal im Jahr mindestens noch mal eine Intensivierung der Auseinandersetzung mit dem Koran. Der Auseinandersetzung mit mir selbst. Durch das Fasten. Durch Erlangen von Gottes Ehrfurcht. Auseinandersetzung mit der Gemeinschaft. Das heißt, ein Monat, der mich stärker macht, um den Koran auch stärker zu tragen. In meinem Charakter, in meinen Worten und so weiter. Und jetzt, sehr interessant, Lautara sagt ja im Rahmen nach diesen Versen, Übersetzungen sagen, Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht echt werden. Das stimmt natürlich an Bedeutung. Aber das Schöne ist auch hier, eine andere Bedeutung oder auch Lesung könnte sein. Allah will Bikum durch euch Erleichterung schaffen und nicht Erschwernis. Weil Allah sagt Bikum, er sagt nicht Leikum, dieses Ba in arabischer Sprache, würde es zu weit gehen, kann unterschiedliche Maani Bedeutung tragen. Aber es kann auch bedeuten, dass Allah uns einsetzt, um Erleichterung zu schaffen. Wie können wir aber diese Erleichterung schaffen, wenn wir nicht Träger des Korans sind, in Worten, in Charakter. Und dafür ist Rabadan da, um uns dazu zu erziehen. Dahin zu erziehen, dass wir anfangen, weniger unsere Neigung zu befriedigen, mehr unsere Seele, unseren Verstand, dass wir uns mehr mit dem Koran auseinandersetzen, dass wir ihn mehr verstehen und so weiter. Dass wir anfangen, dieses Licht, was dann Erleichterung darstellt für die Menschen, zu tragen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über uns selbst als Individuen gesprochen. Doch was meinst du, inwiefern fördert der Ramadan an sich als Monat oder der Koran auch an sich der Zusammenhalt der Muslime, die Solidarität oder der Zusammenhalt dieser Ummah? Nein. Also Ramadan hat hier auch eine sehr, sehr oder spielt hier eine sehr große Rolle und kann auch eine sehr große Rolle spielen, indem wir es richtig machen. Denn was lehrt uns auch wieder Ramadan und das Fasten. Manchmal vergessen wir das im Alltag. Jeder hat seine eigenen Aufgaben, jeder fastet dann natürlich selbst, persönlich, freiwillig, wenn er möchte. Wir beten mal in der Gemeinschaft, mal nicht. Aber Ramadan holt uns alle zu bestimmten grundlegenden Dingen einer Gemeinschaft zurück. Wir beginnen gemeinsam das Fasten, wir beenden gemeinsam das Fasten. Eine gewisse Ordnung. Wir beten natürlich alle den ganzen Tag, unsere fünf Gebete, aber es gibt mindestens einmal am Tag kommen wir zusammen. Der Ruih-Gebet zum Beispiel. Wir merken alle, dass wir in Bezug auf unsere Beziehung zu Allah alle gleich sind. Es ist egal, ob ich Arzt bin oder arbeitslos bin oder jung bin oder alt bin, wir alle müssen Fasten. Und für uns alle gilt dieselbe Zeit beim Beginn, dieselbe Zeit beim Ende. Es gibt hier keinen Unterschied. Das heißt, wir besinnen uns in der Gemeinschaft auch wieder auf die Grundlagen einer Gemeinschaft. Dass wir alle vor Allah gleich sind. Dass wir alle vor Allah dieselbe Aufgabe haben. Und dass wir uns auch in dieser Aufgabe auch unterstützen müssen, uns gegenseitig brauchen. Das heißt, wenn wir Ramadan auch in der Gemeinschaft wirklich leben, können wir auch Ramadan nutzen, um unsere Gemeinschaften zu stärken. Und nun stellt sich die Frage, vor allem, wenn wir jetzt außerhalb von unserer Gemeinschaft aussprechen, im Blick in Richtung der Gesellschaft. Inwiefern kann der Ramadan als Monat dazu dienen, um eventuell in Dialog mit anderen Menschen, mit anderen Menschen in unserer Gesellschaft zu treten? Und wie kann man den Ramadan am besten dafür nutzen? Das ist auch eine sehr gute Frage. Und ich möchte den Punkt wiederholen, dass es keine gesegnetere Zeit gibt als im Monat Ramadan. In keinem Monat ist zu viel Licht wegen des Korans. In keinem Monat, wir wissen, die Shaiatien sind angekettet in diesem Monat. In diesem Monat beschäftigen wir uns mehr auch mit einem persönlichen Bewusstsein, mit uns selbst, mit unseren Trieben, dass wir sie kontrollieren und so weiter. Es gibt keinen besseren Monat, keinen gesegneteren Monat eigentlich auch für die Da'wah, wenn wir so wollen. Und Allah hat gesagt, dass dieser Monat oder in diesem Monat der Koran, die Rechtsleitung an sich hinabgesandt wurde. Und die Türen und die Tore und inshallah auch die Herzen aller Menschen sind in diesem Monat mehr geöffnet als sonst. Das heißt, was wir Muslime manchmal tun, ist auch, oder ein Fehler, nach mir die Sintflut. So in dem Sinne. Ich rette mich und alle anderen sind mir egal. Nein, auch unsere Religion lehrt uns, über den Tellerrand zu schauen. Ja, natürlich, ich muss mich um mich sorgen. Ich habe Verantwortung und unterschiedliche Beziehungsebenen. Wir haben darüber gesprochen. Aber ich habe eine Verantwortung. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder von uns rausrennen muss, irgendwo einen Stand macht oder so. Das ist nicht damit gemeint. Sondern das Mindeste ist, was haben wir gesagt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Koran war sein Charakter. Oder sein Charakter war der Koran. Das heißt, dass ich versuche, in meinem Charakter zumindest den Koran scheinen zu lassen. Ohne Worte. Manchmal, wir wissen, manchmal ist alleine das Vorbild, allein das Handeln sagt mehr als Bände an Worten. Und manchmal können wir viel sagen, aber nichts vermitteln. Das heißt, nicht, dass sich jeder jetzt hier irgendwie gezwungen fühlt, rauszugehen und mit anderen zu sprechen oder Da'uah zu machen. Nein, jeder beginnt damit, dass er die Botschaft des Korans in seinem Charakter scheinen lässt, dass es sich widerspiegelt. Und alleine dadurch werden meine Menschen, meine Mitmenschen bei meiner Arbeit und in der Schule und auch woanders, wenn ich einfach immer dieses Gute und das Schöne anstrebe, die Menschen werden das merken. Und sie werden diese Leitung sehen. Und darum geht es. Und deshalb, es gibt keine gesegnetere Zeit und keine schönere Zeit. In keiner Zeit sind die Herzen mehr geöffnet. In keiner Zeit sind die Triebe schwächer. In keiner Zeit sind die schlechten Seelen schwächer als in dieser Zeit zu brauchen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt angesprochen, nämlich das Vorbild für andere zu sein, vor allem in unserer Gesellschaft. Und dazu habe ich ein Beispiel bekommen und zwar gab es letztes Jahr in Spandau haben die so einen öffentlichen Eftad veranstaltet auf der Straße. Die hatten auch so eine richtige Straße abgesperrt und da kamen auch sehr, sehr viele Nichtmuslime zusammen und da saß ein Bruder ich glaube das war neben einer Bezirksbürgermeisterin und er hat er hat erzählt er hat sehr darauf geachtet wie die Menschen gucken was sie interessiert über was sie sprechen noch vor dem Fastenbrechen und dann kam das Fastenbrechen dann kam die Marib-Zeit und der Adan wurde ausgerufen und dann waren die erstmal so voll schockiert so boah ich werde hier richtig herzlich begrüßt mir wird Essen gegeben voll der schöne voll die schöne Atmosphäre sehr herzlich sehr gastfreundlich hätte ich niemals gedacht dass ihr sowas veranstalten könnt und ich denke vor allem wenn man vor allem sowas das war jetzt etwas Größeres was man veranstalten könnte aber ich glaube es ist sehr sehr wichtig vor allem bei sich selbst anzufangen und sich selbst erstmal zu fragen okay wenn ich mich jetzt auf der Straße sehe was würde ich über mich selbst denken würde ich selbst gut über mich denken oder wäre ich selbst eine Vorbildfunktion vielleicht für meine Kinder oder die jüngeren Generationen etc und vor allem weil man weil wir jetzt auch über Vorbildfunktion gesprochen haben vielleicht nochmal zur Frage wie wie leitet der Koran vor allem weil wir auch selber was dazu anpacken müssen also wir dürfen ja wir müssen ja weg von diesem Mindset kommen ja Hauptsache ich werde gerettet die anderen nicht und Hauptsache mir geht es gut und die anderen nicht wie wie leitet der Koran seinen Leser an zum zum sozialen zur sozialen Gerechtigkeit oder halt dieses gerechte Handeln beizutragen ja das ist auch eine sehr gute Frage und wir haben im Koran viele Verse viele Stellen die das gute und nützliche Handeln ansprechen ansprechen Nutzen Salah ist quasi auch also all diese Dinge von der Grundbedeutung deuten auf das Bessermachen von etwas auf das Herstellen einer besseren Situation und so weiterhin das heißt wenn Allah sagt dann ist nicht nur damit gemeint diejenigen die Iman haben und beten zum Beispiel das Gebet ist eine gute Handlung aber ist nicht in dem Sinne eine Salihah dass jetzt ein anderer daraus einen Nutzen ich habe natürlich einen Nutzen mein Gebet ist meine Grundlage aber Allah weist uns darauf hin es gibt eine andere Sache es gibt nicht nur deine eigene Frömmigkeit jetzt für dich persönlich nein Salihah sind Taten die anderen nutzen Salihah sind Taten die Situationen ausbessern besser machen und alleine durch diese Begriffsverwendung im Koran wenn der Gläubige das liest darüber reflektiert dann führt es dazu dass er einen Nutzen bringen soll dass er nützlich sein soll und deswegen viele Stellen im Koran wo es um diese Salihah geht wo es um die Ausbesserung auch stiftet auf der Erde kein Unheil nachdem sie in Ordnung gebracht wurde das heißt der Gläubige soll jemand sein der immer in Ordnung bringt für sich selbst für seine Familie für seine Mitmenschen und auch eines der Dinge wo Allah über die Zeit spricht und den Verlust des Menschen bei der Zeit der Mensch ist wahrlich im Verlust die ganze Zeit dabei zu verlieren außer außer wer wer ist der der nicht verliert denn der anfängt zu gewinnen gute nützliche noch mal Taten die anderen einen Nutzen bringen und sich gegenseitig unterstützen in der Wahrheit und in der Geduld hast du noch letzte Worte die du uns mitzeilen möchtest zum Koran als Leitung für uns Menschen der Koran dass der Gläubige und der Muslim versucht eine Beziehung zum Koran aufzubauen denn diese Beziehung bedeutet am Ende auch eine Beziehung zu seinem Schöpfer zu haben es sind die Worte Allahs ist die Rede Allahs und der Prophet sagt sehr motivierend er sagt Rezitiert den Koran und schau mal sehr wichtig alleine schon dieses ist nicht nur etwas vor sich hin lesen der Koran kommt von Koran auch unter anderem von rezitieren vortragen und bei einem Vortrag sind immer mindestens zwei dabei das heißt es ist ein Gespräch der Koran ist mehr ein Gespräch als ein Lesen weil wir sagen manchmal so ich lese den Koran aber eigentlich lesen wir nicht nur lesen ist ich lese einfach für mich vor mich hin aber rezitieren vortragen ist noch eine ganz andere Ebene rezitiert den Koran setzt euch mit ihm auseinander reflektiert ihn tragt ihn vor denn er wird am Tag der Auferstehung als Fürsprecher für seine Gefährten für seine Freunde kommen als Fürsprecher wofür warum Fürsprecher weil wenn ich mit dem Koran gelebt habe und mit ihm gelebt habe dann am jüngsten Tag geht es worum Realitäten und Wahrheiten werden zum Vorschein kommen ich werde selbst erkennen was habe ich wirklich gemacht und was nicht wer war ich und wer war ich nicht hier in der Dunja können wir uns alle was vormachen aber dann in der Akhirah mit dem Jenseits und am Tag der Aufwischen wird die Wahrheit zum Korans werde ein Freund des Korans baue ich automatisch eine Beziehung zu meinem Schöpfer es geht immer um meine Beziehung zu Allah aber dass ich versuche eine Beziehung zu den Worten Allahs aufzubauen und jeder unterschiedlich der eine durch den Koran natürlich jeder sollte versuchen mindestens das lernen den Koran zu rezitieren auch wenn man ihn immer nicht direkt versteht und Allah also einer der Wunder zum Wunder Charakter zum Ijaz des Korans gehört dass ihn jeder lernen kann zu rezitieren ob er ihn versteht oder nicht das beobachten wir das beobachten wir überall auf der Welt Menschen die kein Wort Arabisch sprechen können haben aber plötzlich den Koran auswendig gelernt und wenn sie fragt wie habt ihr das gemacht ich habe einfach gelernt und es hat geklappt das gehört zum Wunder Charakter des Korans jeder kann den lesen lernen man muss nur beginnen man muss geduldig sein man braucht Lehrer und so weiter aber dass jeder versucht eine Beziehung zum Koran aufzubauen ok war für diese Bereicherung für dieses Gespräch auf jeden Fall was haben wir gelernt wir müssen eine Beziehung zum Koran aufbauen denn in welchem Monat ist es am perfektesten oder geeignetsten natürlich in dem Monat in dem wir uns befinden im Monat Ramadan im Monat voller Licht der Monat des Korans so lasst uns das Ziel setzen eine Beziehung zum Koran aufzubauen und somit auch gleichzeitig die Beziehung zu unserem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala und ja Dankeschön erstmal an die Scheeche diesen Input und seid gespannt auf die nächste Episode mit einem neuen Referenten nämlich Sheikh Abu Jibril und ja fürs Zuhören und dann basstum nix ma san anikum Aleykum Salam Aleykum 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 Aleykum